Oh, wer bist du denn? Ich? Ich bin der erste Boss. Wo warst du denn die ganze Zeit? Naja, ich hab ein paar Leuten da hinten im Dorf geholfen, Haus gebaut, dies, das eben. Unverschämtheit, mich warten zu lassen. Dein letzter Stündler hat geschlagen. Für dich soll ich mir die Klinge schmutzig machen? Alter, warum machst du denn so viel Schaden? Keine Ahnung, wie viel Schaden ist denn normal auf Level 42? 42, Alter, ich bin Level 10. Wieso bist du denn Level 42? Naja, ich hab halt nach dem Tutorial erstmal 69 Nebenquests gemacht. Hallo Endboss. Hallo, ich bin's. Kleine Warnung, der Spieler ist jetzt schon zwei Level über dir. Aber wenn du ihn grad dran hast, riech dem Ausfall Level 100, komm ich eh nicht zu ihm.